Wer war der größte Komponist aller Zeiten? A. Wolfgang Amadeus Mozart B. Ludwig van Beethoven C. Josef Haydn D. Johann Sebastian Bach Von den meisten Musikern wird Johann Sebastian Bach tatsächlich als der größte Komponist aller Zeiten angesehen. Aber anstatt ihre Begründung zu hören, wollen wir einfach mal schauen, was Bach selber zu der Musik sagt. Bach war davon überzeugt, dass alle Dinge zur Ehre Gottes dienen sollten. Nur dadurch, dass wir die Dinge, die wir tun, zur Ehre Gottes tun, bekommen sie wahre Bedeutung. Wenn wir unser Leben also einfach so dahin leben und nicht nach Gott fragen, verpassen wir den Sinn, den Gott unserem Leben eigentlich geben will.